So liebe Leute und nun gibt Fein Acht. Oh, Jonas hat recht behalten, drei Attraktionen sogar. Ich kann das kaum glauben. Ich kann das kaum glauben. Ich kann ja mal reingucken gehen. Ich habe es ja schon mal gezeigt zum Zug, aber egal. Ups, das war wohl nichts. Regiobahndesign und wie schon in einem Video zuvor erwähnt, Regiobahndesign deswegen, weil es dieses Sitzmuster schon bei der Regiobahn bei den Talenten gab. Ja gut, bei der W.O.B. gibt es die jetzt nicht. Ja, gut. So, 009010 und 011. Aber die Infokarten am Anfang habt ihr ja gelesen. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich lasse das Video für mich sprechen. Ich werde aber noch einiges notieren müssen. Und ansonsten alles tutobene hier. Doch, man muss da einsteigen. Ich werde gleich nach Kassel-Wilhelmshof fährt. Ich werde gleich nach Kassel-Wilhelmshof fährt. Ich werde gleich nach Kassel-Wilhelmshof fährt.